Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer Radreise durch Belgien und die Niederlande. Das Ganze hat im Sommer 2023 stattgefunden, noch bevor ich angefangen habe YouTube Videos zu machen, zu filmen. Deswegen sind es wieder größtenteils Fotos. Ich versuche euch wieder alles Wichtige in Form dieser eingespielten Kommentare zu präsentieren und schreibe euch ein paar Sachen auch drunter. Lasst euch einfach überraschen, was es alles zu sehen gibt. Es war eine super tolle Reise. Ich war total begeistert, wie schön es sich auch in Belgien radeln lässt, wie nett die Menschen sind, wie toll die Landschaften sind, was es da für tolle Städte gibt. Viel Spaß beim Zuschauen. Gestartet bin ich in Köln. Ich bin also mit dem Zug erst mal bis Köln gefahren und von Köln ging es dann erst mal in Richtung Westen. Übernachtet habe ich in Brühl an einem Badesee, dieser Campingplatz. Dort an dem Badesee war praktisch diese Zeltwiese war gleichzeitig die Badewiese. Abends wurde das dann alles abgeschlossen. Die Leute wurden daraus gejagt und so hatte ich dann abends schön diese See für mich alleine. Es waren dann noch ein paar andere Leute mit dort auf diesem Zeltplatz. Aber ansonsten war das eine echt tolle Lage. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Gut ausgeschlafen ging es dann am nächsten Tag weiter Richtung Belgien. Unterwegs habe ich mir irgendwo Erdbeeren gemopst vom Feld. Dies war nicht eingezäunt und so ein Händchen voll. Da dachte ich mir, ach okay, das sagt bestimmt keiner was. Und der große Stopp war dann in Aachen. Dort bin ich in eine Veranstaltung reingeraten. Das war, wie nannte sich das, irgendwas mit Reliquien. Also man konnte dann diese heiligen Reliquien anschauen. Da war zum Beispiel auch das Lendentuch von Jesus Christus dabei. Das war so eine Wallfahrtsgeschichte und da war was los. Und da gab es ganz viele Stände, wo man dann auch sich reinsetzen konnte. Da konnte man was trinken. Ich konnte dort meinen Akku nachladen. Das fand ich sehr schön. Und Wasserbrunnen gab es überall. Die haben also dann auch Hydranten geöffnet, damit man sich Wasser nehmen konnte. Und als ich dann weiterfahren wollte, hat mich die Polizei angehalten. Und da haben die geguckt, ob mein Rad geklaut ist. Oh, ich war eigentlich ziemlich genervt, weil ich eigentlich weiter wollte. Weil ich wollte ja noch bis über die Grenze von Belgien, dort auf dem Campingplatz. Aber naja, die tun auch nur ihre Pflicht. Und da habe ich das dann über mich ergehen lassen. Und ich konnte es natürlich nicht nachweisen in dem Moment, dass es mein Rad ist irgendwie. Da hast du ja da nichts dabei. Und die haben alles notiert, was da eben so zu notieren ist. Da gibt es irgendwo eine Rahmennummer. Und die haben die dann wohl auch in ihrem System erfasst, haben das registriert. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, es steht ja hier noch dran, was es gekostet hat, wollten sie wissen. Und ach, was weiß ich nicht alles. Ja, auf jeden Fall durfte ich dann irgendwann weiterfahren. Und dann ging es weiter Richtung belgische Grenze. Ja, auf jeden Fall. 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 Ja, da war ich auch nicht alleine auf dem Campingplatz. Da waren auch noch andere Radler. Aber Deutsche habe ich dann tatsächlich in Belgien nicht mehr getroffen. Also das waren alles Mögliche an Nationalitäten. Aber Deutsche waren da komischerweise nicht unterwegs. Weiter ging es am nächsten Tag. Tag durch die Provinz Flandern. Oder hinein in die Provinz Flandern. Das ist noch ziemlich hügelig. Am Anfang, also der Belgische Süden hat ziemlich viele Berge. Denkt man eigentlich gar nicht. Aber dort geht es ordentlich rauf und runter. Ja, irgendwann war ich dann in einem großen Fluss oder Kanal. Ich weiß gar nicht, ob es die Mars war oder was auch immer das war. Unterwegs gab es in so einem Wald so eine kleine Kapelle. Da war so dieser Kreuzweg aufgebaut in diesen ganzen Stationen. Und drinnen waren ganz viele Kerzen. Das war richtig warm in dieser kleinen Kapelle. Also furchtbar warm sogar. Übernachtet habe ich auf einem Campingplatz. Konnte ich jetzt im Internet gar nicht mehr finden, wie der hieß. War da in so einem kleinen See. Aber der See war so flach. Da konnte man gar nicht drinnen parken. Das war wirklich nur so ein Meter oder so. Weiter ging das gar nicht rein. Ich bin da eine ganze Weile reingelaufen. Hab es dann irgendwann sein lassen. Und habe mich da dann gemütlich vor mein Zelt gesetzt. Und habe den Abend ausklingen lassen. Ja, schöne gemütliche Tour an diesem Tag. Von Maastricht selber habe ich gar nicht so viel fotografiert. Und ich bin durch viele so kleine, so schöne, beschauliche, typisch flandrische Städte durchgekommen. Diese Architektur. Und auch diese Sprache finde ich total niedlich. Dieses Flämisch. Also Fiedstra zum Beispiel ist so ein ganz tolles Beispiel dafür. Hört sich viel niedlicher an als Fahrradstraße. Und dort wird das auch alles sehr respektiert. Also das muss ich sagen. Fahrradfahren in Belgien ist eine ganz tolle Sache. Ähnlich wie in den Niederlanden. Also die nehmen sich da gar nichts. Total super ausgebautes Radwegenetz. Wirklich, wirklich empfehlenswert. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dieser Tag, der war so ein ganz gemütlicher Tag, da gab es nichts Spektakuläres, aber es war so eine schöne Landschaft, die war dann auch schön flach. Es gab immer Wasser, es gab Wald, es gab Wiesen, es gab kleine Kanäle und ich bin dann bis vor die Tore von Brüssel gefahren. In Brüssel selber hatte ich keine Möglichkeit zu zelten, aber das war jetzt auch nicht schlimm, weil dann hatte ich am nächsten Tag genug Zeit für Brüssel. Und auf diesem Campingplatz, also es war auch überall nicht voll auf den Campingplätzen, das war alles ganz entspannt, wollten die doch tatsächlich 6 Euro Strom haben. Und da habe ich dann auch gesagt, guter Mann, 6 Euro für ein Fahrrad, ich bezahle im ganzen Monat bei mir zu Hause 30 und da wollen sie jetzt 6 Euro für einen Tag haben. Ja, da hat das wieder gestrichen von seiner Rechnung. Also es geht auch so. Das ist, wenn ich mit einem Wohnmobil komme und eine Klimaanlage habe und alles, Kühlschrank und Fernseher und was weiß ich nicht alles laufen habe. Ich mag das, selbst da ist 6 Euro ziemlich viel, aber ich finde das immer für ein Fahrrad, da teilweise 4 oder 5 Euro Strompauschale zu nehmen, finde ich nach wie vor eine ziemliche Frechheit. Okay, Fortsetzung folgt, im nächsten Video seht ihr dann, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.